Wahnsinn, die Lancia. Wie bella Machina. Richtig elegant. Tolle Limousine, ganz selten. Top Zustand. Da gab es ein Lancia-Treffen in Sardinien. Lancia Y Club. Aus Italien. Die original italienische Nummer. Schau mal, das ist Design, diese Form. Wahnsinn, einmalig schön. 2000er, Lancia Y 2000. Mega rar, mega selten. Absolut cool, auch innen durch. Tolles Fahrzeug. Superschön. Sehr, sehr elegant. Auch die Lichter, der ganze Zustand von dem Auto ist einfach sehr, sehr gepflegt. Ab der Zeit, durch die 70er Jahre sein. Das Silber passt absolut zu diesem Auto. Einmalig schön. Wunder, 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 wunder. Tolles Fazit. Ein Hingucker auf jeden Fall, überall wo ihr seid. Lancia Y 2000. Das Silber passt. Ein Hingucker auf jeden Fall. Das Silber passt.